Hallo liebe Waage und herzlich willkommen zu deiner Oktoberlegung. Ich ziehe dir heute das keltische Kreuz mit dem Seelenreisetarot, also lass uns direkt mal starten. Du kannst diese Legung schauen, falls du die Waage im Sonnenzeichen, Mond, Ast, Tendenten oder der Venus hast. Dementsprechend, was nicht passt, wird nicht passend gemacht. Wenn diese Legung nicht mit dir in Resonanz geht, dann ist es auch nicht deine Legung. So, Waage im Oktober, Waage im Oktober. Der Ritter der Stäbe und die Sechs der Stäbe und die Zwei der Kelche am unteren Kartenrand. Mit den Sechs der Stäben haben wir hier die Energie, dass es irgendwas gibt, was dich brennend interessiert. Die Energie ist sehr aktiv, das heißt, du könntest einen sehr aktiven Monat haben. Der Monat könnte sehr leidenschaftlich sein oder auch, dass es etwas gibt im Monat Oktober, was dich wirklich begeistert. Nun, mit dem, abgesehen von diesen Eigenschaften, gibt es aber auch etwas im Oktober, wo du in die Aktion gehst. Mit einer Sache, die eben dein Feuer der Leidenschaft entfacht, die dich brennt oder irgendwas, was dich brennend interessiert. Das könnte ein Projekt sein, das könnte ein neues Hobby sein, das können Unternehmungen, Ausflüge sein. Alles das, was dir Spaß macht, was dir Freude bereitet oder sagen wir mal so, was dich brennend interessiert. Auch das Thema Umzug und Reise könnte hier in diesem Monat noch eine Rolle spielen mit dem Ritter der Kelche, sorry, Ritter der Stäbe. Am unteren Kartenrand haben wir aber die Kelche. Das bedeutet, hier kann es auch um Ausflüge gehen in einer Beziehung, in einer Partnerschaft. Es könnte sein, dass wieder mehr Leidenschaft, Feuer, Freude und Spaß hier in einer Partnerschaft ist oder dass eine Partnerschaft etwas mit den Unternehmungen zu tun hat. Auch da, ob beruflich oder privat. Die zweite Kelche spricht auch darauf hin, dass hier zwei Menschen die gleiche Vision haben oder gleich füreinander fühlen. Und dementsprechend haben wir hier grundsätzlich erstmal eine sehr spannende Energie, weil der Ritter der Stäbe eben Feuer, gute Laune ist, Ausflüge, Unternehmungen. Aber was wir aussehen ist, dass die sechste Stäbe hier die Herausforderung ist. Und die sechste Stäbe ist Erfolg. Ein gewisser Erfolg lässt hier gefühlt auf sich warten. Lass uns einmal weiterschauen. Worauf ist vage fokussiert? Worauf ist vage fokussiert? Im Oktober. Ja, und noch mehr Stäbe. Also du hast sehr viel Feuerenergie hier. Allerdings gibt es hier auch eine Situation, die dich belastet. Gegebenenfalls emotional belastet. Das könnte eine Situation auch in einer Herzensangelegenheit oder in der Liebe sein. Die 10 der Stäbe sagt mir, dass hier jemand erschöpft ist. Erschöpfungszustände hat. Mental, emotional oder körperlich belastet ist. Im allerbesten Fall geht es mit den 10 der Stäben darum, dass man viel zu tun hat, weil das Geschäft gut läuft. Und man jetzt vielleicht grundsätzlich schaut, okay, alles klar. Wie bringen wir jetzt eine Situation weiter voran? Die Sache ist die, mit den Karten, wie wir sie bis hier haben, könnte das auf geschäftliche Unternehmungen folgendes bedeuten. Du bist aktiv, sehr aktiv im Monat, aber hast vielleicht sehr, sehr viel zu tun und das überlastet dich. Ein gewisser Erfolg bleibt aber auf gewisse Art und Weise aus. Hier kann es an Wertschätzung mangeln oder an Anerkennung mangeln, obwohl du eigentlich sehr hart arbeitest und sehr aktiv bist. Das wäre eine Möglichkeit hier. Aber auch in Beziehungen könnte man sagen, okay, eine Beziehung könnte mit dieser Karte entweder wieder mehr Spaß und mehr leidenschaftlich sein oder es gibt gewisse Unternehmungen in einer Beziehung. Aber mit dem Ritter der Stäbe ist es auch so, dass der Ritter der Stäbe vielleicht einen großen Freiheitsdrang hat und sich nicht binden möchte. Auch das wäre möglich und könnte dementsprechend hier zu Belastungen führen. Und dementsprechend auch hier wieder die 6 der Stäbe als Herausforderung. Vielleicht fühlst du dich nicht wirklich gesehen. Lass uns mal weiterschauen, was du fühlst. Jetzt bin ich gespannt, was du fühlst. Was fühlt Waage im... Ja, gucke mal. Irgendwie erschöpft. Erschöpft und dann haben wir hier auch nochmal die Gerechtigkeit. Das sind schwierige Karten im Bereich der Emotionen. Auch gedanklich blockiert gefühlt natürlich. Gedanklich und emotional, alles ein bisschen schwierig hier. Ich habe das Gefühl, du bist erschöpft, auch emotional. Gefühlt hast du dich durch eine echt emotional schwere Phase gearbeitet. Mit den Szenen der Kelchen könnte es sein, dass irgendwas Emotionales jetzt beendet wird. Dass hier ein radikaler Schnitt ist, ein radikaler Bruch. Was aber gleichzeitig auch bedeuten kann, dass auf emotionaler Ebene jetzt das Ende einer schweren Phase anrückt. Wir haben hier eine Entscheidung. Vielleicht triffst du oder eine andere Person eine Entscheidung, etwas loszulassen, etwas zu kürzen, etwas zu beenden. Das kann natürlich auch sich darauf beziehen, dass du sehr viel zu tun hast. Das ist die Stresskarte. Stress, überlastet, überfordert, mental, emotional, körperlich. Da darf man lernen, Nein zu sagen, Grenzen zu ziehen und auf sich aufzupassen. Dementsprechend könnte das etwas sein, wo hier eine Entscheidung getroffen wird, etwas loszulassen, weil es vielleicht zu anstrengend ist. So, was haben wir in der Vergangenheit? Welche Situation aus der Vergangenheit spielt eine Rolle im Kollektiv der Wagen? Ja, mit den neunen Münzen erstmal Stabilität, witzigerweise auch Unabhängigkeit. Warum witzigerweise? Aufgrund dessen, dass beide Karten auf gewisse Art und Weise Unabhängigkeit bedeuten. Hier könnte eine finanzielle Unabhängigkeit liegen. Hier könnte jemand liegen, der sehr frei sein möchte, der sehr unabhängig sein möchte. Also, dementsprechend haben wir hier in dieser Legung schon auch diese Energie, dass vielleicht du oder auch eine andere Person sehr unabhängig ist oder sehr frei und unabhängig sein möchte. Grundsätzlich sehen wir, dass hier in der Vergangenheit ein gewisser Erfolg liegt. Die Finanzen liegen hier recht gut. Wenn es eine Beziehung ist, hat man sich hier eine schöne Zeit, sage ich mal, hart erarbeitet oder lange erarbeitet. Und die neun der Münzen ist nicht nur die harte Arbeit, die hier jetzt erfolgreich wird, wo man quasi die Erntezeit hat. Das heißt, das muss jetzt nicht nur finanzieller Natur sein, sondern das kann auch einfach sein, dass man in irgendeiner Situation echt hart dafür gearbeitet hat, dass diese Situation jetzt stabil ist oder dass sich das so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat und das hier in der Vergangenheit erstmal recht positiv. Dementsprechend kann es auch bedeuten, dass man erstmal das Leben genießt. Also du hast hier, kommst gefühlt aus dieser Energie von, man hat sich was erarbeitet, man hat sich was aufgebaut. Du genießt hoffentlich, hast du das gemacht hier in der Vergangenheit, dein Leben oder diesen Lebensbereich, wo du dir jetzt etwas erfolgreich aufgebaut hast. Auch hier sehen wir den Ritter der Münzen. Nochmal Münzen, Münzen, Arbeit. Man steckt hier quasi Arbeit in eine Angelegenheit rein und baut sich somit langfristig gesehen Stabilität und Sicherheit auf. Was ich sehr spannend finde, ist, dass wir jetzt hier dadurch so ein bisschen einen Wandel haben. Es ist zwar nicht die Hauptkarte, die hier liegt, aber wir haben die Karte unten drunter und wir haben hier den Ritter der Stäbe. Der Ritter der Stäbe ist so ziemlich das Gegenteil von dem Ritter der Münzen. Der Ritter der Münzen ist treu, loyal, bindet sich, sagt Ja zu einer Beziehung, einem Projekt, einer Sache, um da, sag ich mal, gewissenhaft dran zu arbeiten, um sich langfristig gesehen was aufzubauen. Hier hast du jemanden, auf den du dich verlassen kannst. Im Hier und Jetzt allerdings mit dem Ritter der Stäbe haben wir eine Energie von jemandem, der möchte frei sein, der möchte keine Verantwortung haben. Vielleicht sagst du auch mit dem Verantwortungsdruck, der hier durchaus liegt, dass du sagst, boah, ich habe keinen Bock mehr darauf. Ich habe keinen Bock mehr auf Verantwortung. Ich möchte jetzt einfach nur noch frei sein und mein Leben genießen. Ich habe so hart gearbeitet in der Vergangenheit hier, habe mir vielleicht eine gewisse finanzielle Stabilität erarbeitet oder was auch immer das war, hast dein Leben hier vielleicht grundsätzlich sehr genossen, aber sagst so, ey, weißt du was, mir ist das alles zu viel. Jetzt muss ich mal einen Schlussstrich hier ziehen, weil ich habe einfach keinen Bock mehr auf Verantwortung, so nach dem Motto, oder ich möchte wieder mehr Spaß haben und frei sein und nicht so eingeboxt sein. Lass uns mal schauen. Das könntest du sein. Die Energie könnte natürlich auch, wenn es hier um eine Beziehung geht, von der anderen Person ausgehen. Also schau, wie es für dich resoniert. Was kommt jetzt auf die Wagen zu? Welche Energie kommt jetzt auf die Wagen zu? Und da haben wir wieder das Thema Entscheidung, was wir hier unten schon hatten. Und wir haben den König der Kelche. Warum ist es spannend? Zum einen, weil wir jetzt die Königin und den König der Kelchen unterliegend haben. Und auch die Zweite Kelche. Also kann es hier grundsätzlich um eine Beziehung gehen, vielleicht auch eine Seelenpartnerschaft gehen, eine Herzensverbindung gehen oder eine Verbindung gehen, die... Moment. Eine Herzensverbindung, eine Verbindung in der Liebe, eine Liebesverbindung, eine romantische Verbindung oder eben auch eine Liebesbeziehung gehen, eine Seelenpartnerschaft. Aber was ich hier wahrnehme, ist, dass es irgendwas gibt, zusätzlich, egal von der Qualität der Verbindung, der Beziehung jetzt mal abgesehen, dass es hier etwas gibt, wo es darum geht, was dich wirklich glücklich macht. Denn der König der Kelche, das sind quasi... Da geht es darum, glücklich zu sein, erfüllt zu sein. Und ich habe das Gefühl, dass du eine Entscheidung treffen wirst... Ach, guck dir das mal an, was haben wir denn hier? Das können wir ja auch mal hier mit anschauen. Du wirst eine Entscheidung treffen, eine Situation neu bewerten, neu beurteilen. Und du wirst ein Urteil treffen und eine Entscheidung treffen, bezogen darauf, was dich glücklich macht, was du wirklich willst oder was dich erfüllt. Daraufhin gibt es einen Neuanfang, es wird etwas Neues in deinem Leben entstehen. Entweder ein Neuanfang innerhalb einer Beziehung oder eine neue Beziehung, die wir hier haben. Auch da wieder sehr innig, sehr Seelenpartner-Energien, die wir hier durch beide Karten tatsächlich präsentiert haben. Der Magier sagt, hier ist entweder ein Neuanfang in einer Verbindung oder eine neue Beziehung entsteht, aufgrund dessen, dass du deinem Herzen folgst und eine Entscheidung hier triffst. Und es muss nicht nur in der Liebe sein, denn die Liebenden können auch ein Ja aus vollem Herzen sein. Dementsprechend könnte das auch sein, in einem anderen Lebensbereich, auch wenn wir jetzt ein paar Karten tatsächlich hatten, wie Königin der Kelche, König der Kelche, Zwei der Kelche. Das sind natürlich Aspekte, wo das Thema Beziehung hier eine Rolle spielen kann. Aber es kann auch sein, dass hier quasi innerhalb einer Verbindung etwas Neues manifestiert wird. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass du irgendwas loslässt oder dass hier irgendein Ende ist. Was ist jetzt spannend? Was ist deine Energie? Was ist die Energie von Waage im Oktober? Ja, du fühlst dich gefangen. Guck dir das mal an hier. Und schon wieder den König der Kelche. Du fühlst dich gefangen, du fühlst dich nicht frei, was natürlich wiederum Sinn macht, weil wir hier diesen Freiheitsdrang haben. Da sind Belastungen, Verantwortungen, Druck, Stress, das lastet auf dir. Emotional fühlst du dich vielleicht auch niedergeschlagen oder, ich meine, wie fühlt man sich nach einem Kampf? Sehr wahrscheinlich auch erschöpft. Es kann auch sein, dass du dich, die Zehner Schwerter können darauf hindeuten, dass man vielleicht auch sich hintergangen fühlt. Nichtsdestotrotz haben wir hier gewisse Abhängigkeiten in deinem Energiefeld. Diese Energie von, hey, du bist vielleicht nicht frei, der oder die zu sein, der oder die du bist. Du fühlst dich gefangen. Aber es kann auch sein, dass du dich in deinen eigenen Mustern gefangen fühlst. Und das ist die andere Sache. Denn mit dem Teufel geht es auch um die eigenen Schattenthemen. Und wenn du dich gerade als Teufel präsentierst, deine Energie der Teufel ist, dann sag mir das gleichzeitig, dass du konfrontiert bist mit deinen Schattenthemen. Schattenarbeit könnte also hier etwas sein, was dir weiterhilft. Sprich, wo sabotierst du dich selber? Wo hältst du dich selber zurück? Durch Glaubenssätze, durch Verhaltensweisen. Und das darfst du durchaus auch unter die Lupe nehmen mit dem Teufel hier. Wo limitierst du dich selber? Welche Energie liegt jetzt im Außen? Also, wir schauen uns jetzt an, welchen Einfluss dein Umfeld auf dich hat oder gegebenenfalls eine andere Person. Da ist die Herrscherin. Und schon wieder, wie oft kann man eigentlich mischen und am unteren Kartenrand die gleiche Karte haben? Auch wenn wir aktuell hier keine Kelche sehen, ich habe das Gefühl, dass deine Emotionen eine große Rolle spielen. Deine Emotionen, deine Visionen, die du hast zum Thema Glücklichsein, zum Thema Liebe, zum Thema Erfülltsein. Und das wiederum kann sich auf jeglichen Lebensbereich oder jede Situation, sag ich mal, widerspiegeln. Und ich habe das Gefühl, dass es hier etwas gibt, was du dir ersehnst, was du dir erwünscht. Das kann sich beziehen auf das Thema Beziehung. Es kann sich beziehen auf das Thema generell Glücklich und Erfülltsein, auch gerade wenn es hier um deinen Beruf geht. Dein Außen hat grundsätzlich erstmal einen positiven Effekt. Mit der Herrscherin könnte hier eine Person sein, die dich nährt, die sehr fürsorglich ist. Wir haben hier im Prinzip das Thema Wachstum, Wachsen in Liebe, Wachsen durch Liebe, jemand, der sich gut kümmert, der sich sorgt. Dementsprechend haben wir in deinem Umfeld oder bezogen auf eine bestimmte Person einen recht positiven Einfluss auf dich. Diese Person könnte sehr verständnisvoll sein, sehr liebevoll sein, dich unterstützen, dir helfen. Könnte dafür sorgen, auch, sag ich mal, eine gewisse Fülle in deinem Leben zu manifestieren. Oder dein Umfeld ist sehr, sehr reich, sag ich mal. Vielleicht hast du einen schönen Garten. Das ist jetzt ein bisschen ein anderer Aspekt hier. Aber auch wenn es jetzt, sag ich mal, nicht um eine andere Person hier geht, sondern darum geht, wie dein Umfeld auf dich wirkt. So wirkt dein Umfeld, dein Zuhause sehr nähernd auf dich. Also da haben wir zumindest einen positiven Aspekt im Außen. Egal, ob das das Umfeld ist, in dem du dich bewegst oder ob das eine andere Person ist. Vielleicht hast du selber Aspekte im Steinbock. Wir haben auch nochmal den Stier hier und auch doppelt nochmal die Waage. Aber wir sind ja gerade auch in der Waagelegung. Dementsprechend kann es sein, dass du in der nahen Zukunft wieder ein bisschen mehr in die Verbindung mit dir, in deine Kraft kommst, um eine Entscheidung zu treffen. Was sind die Hoffnungen, Ängste oder Wünsche von Waage, Stabilität, Sicherheit, ein glückliches und erfülltes Leben, langfristige Stabilität und Sicherheit. Das kann sich beziehen auf die Finanzen, auf den Beruf, auf eine Beziehung. Was wir aber hier sehen, ist auch eine Transformation. Okay, ich habe das Gefühl, das, was aktuell bei dir gegeben ist, ist, dass eine Situation, ein Lebensbereich oder wirklich im wahrsten Sinne des Wortes deine Finanzen immer mal wieder am Schwanken sind. Da ist irgendwas noch nicht stabil. Wenn es nicht deine Finanzen sind, eine gewisse Situation oder ein gewisser Lebensbereich. Und ich habe das Gefühl, was du wirklich möchtest, ist diese langfristige Stabilität, langfristiger Erfolg. Aber dafür muss hier gefühlt etwas transformiert und verändert werden. Es kann sein, dass du, auch das Thema Familie könnte hier sein und könnte eine Rolle spielen. Aber vielleicht denkst oder vielleicht muss hier irgendwas losgelassen werden, um das zu erreichen. Und spannenderweise sehen wir hier das Loslassen auch. Ob das jetzt ein Wunsch ist oder eine Angst ist, entscheide selber. Vielleicht hast du Angst, dass du etwas loslassen musst, um Zugriff auf langfristige Stabilität und Sicherheit zu haben. Oder um die Erfüllung deiner langfristigen Ziele zu erreichen. Vielleicht ist das eine Angst. Vielleicht ist das aber auch eine Hoffnung, dass sich jetzt was verändert, damit du eben diese langfristige Stabilität erreichst. Manche von euch sehen sich hier vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes nach einem eigenen Zuhause. Nach einem Zuhause, nach einer Familie. Wie entwickelt sich die Situation? Und hier haben wir nochmal den Herrscher. Schon wieder Stabilität und Sicherheit. Und was haben wir hier? Schon wieder die Energie des Todes. Ja, Transformation von Ängsten und Unsicherheiten. Das Ende einer Illusion. Das Ende, beziehungsweise die Realität einer Situation sehen, habe ich hier einmal für dich. Auch der Herrscher ist sehr realitätsnah, sehr realitätsbezogen. Mit dem Herrscher kann es sein, der Herrscher hat, ich sage immer, der Herrscher hat drei Aspekte. Aspekt Nummer eins. Was willst du? Was ist dein Ziel? Was möchtest du? Aspekt Nummer zwei. Was ist der Plan? Was ist die Struktur? Wie erreichst du das? Plan Nummer drei. Part Nummer drei. Und dann musst du in die Aktion gehen. Setzt du deinen Plan um? Ja oder nein? Das heißt, worauf du dich zubewegst, ist eines dieser Aspekte. Oder gegebenenfalls auch das gesamte Paket von, okay, das ist mein Ziel. Das ist mein Plan. Und jetzt gehe ich in die Aktion. Gleichzeitig. Also du gehst, wie gesagt, dann hiermit was in die Aktion. Gleichzeitig kann es auch sein, dass du in eine Führungsposition übergehst. Auch das wäre möglich mit dem Herrscher, dass du in deine Kraft, in deine Stärke kommst oder in eine Führungsposition. Auch das Thema Entscheidungen treffen für die Zukunft spielt hier eine ganz wichtige Rolle. Ebenfalls mit dem Herrscher kann es auch darum gehen, dass du gewisse Regeln aufstellst. Vielleicht nicht strikt bist, aber ich erkläre es mal wieder hier. Was macht der Herrscher? Der Herrscher regiert über sein Reich. Du regierst über dein Reich. Der Herrscher stellt gewisse Regeln auf in seinem Reich. Du stellst die Regeln in deinem Leben auf. Wenn jemand in das Reich des Herrschers kommt, wenn jemand also in dein Umfeld kommt, in deinen Bereich, in dein Reich, Bereich, dann stellst du gewisse Regeln auf. Wenn jemand sich an diese Regeln nicht hält, wie zum Beispiel im Reich des Herrschers, klaut, belügt, trügt, belügt und betrügt, dann muss der Herrscher sagen, du kannst in diesem Reich nicht bleiben, denn das sind nicht die Regeln, nachdem wir hier verfahren, denn das ist ein Reich, in dem Harmonie, Ehrlichkeit und Frieden und Liebe gelebt werden will und wenn du hier als Störenfried reinkommst, dann musst du gehen. Ist eine klare Ansage, aber der Herrscher stellt quasi Regeln auf für sein Reich und wer sich daran nicht hält, der muss gehen. Dementsprechend kann es sein, dass genau das ist, was du machst. Du hast gewisse Regeln, Dinge, die du möchtest, Dinge, die du nicht möchtest und dementsprechend kann es auch darum gehen, dass du hier gegebenenfalls Grenzen ziehst. Ja, und dann sehen wir hier nochmal die große Transformation. Etwas verändert sich hier gefühlt sehr massiv, aber das sehen wir eh durch diese beiden Karten, wo ich mega gespannt bin, was es damit auf sich hat und das wollen wir uns jetzt nochmal in der Tiefe anschauen und zwar mit dem großen Blatt aus dem Lennarmor. Ich ziehe dir jetzt einmal die große Tafel mit dem Lennarmor, ziehe dir mit dem Tarot noch einen Tipp und auch noch weitere Informationen zu deinem Oktober. In diesem Sinne, die volle Version der Erweiterung findest du unter diesem Video in der Infobox. Da findest du die beiden Links. Wenn du jetzt bis hierhin schaust und aussteigst, sage ich vielen Dank fürs Dabeisein und ich vertraue darauf, dass du die Botschaften bekommen hast, die jetzt für dich wichtig waren und für alle anderen sage ich, komm doch einmal mit und wir schnuppern in die Erweiterung. Hallo liebe Waage und herzlich willkommen zurück zu Teil 2 deiner Legung, in der wir jetzt in die Tiefe und die Details für deinen Oktober schauen. Und wir starten mit dem Lennarmor. Ich ziehe dir jetzt einmal das große Blatt. Wir beziehen uns zum einen auf die Energien, die wir gerade gesehen haben in der YouTube-Legung, die ich auch hier unten einmal habe. Zum anderen schauen wir in das Thema Beruf, Liebe, Finanzen, Beziehungen. Wir schauen uns alle Karten an, die um dich herum liegen, um den Monat so bestmöglich zu definieren. Also lass uns mal starten. So, einmal noch. Die Energien, die Energien für die Wagen. Ja, da starten wir tatsächlich, dass etwas an dir nagt. Also ein bisschen Kummer, Sorgen nagt an dir. Das kann zu tun haben mit einem Rückzug, einer Trennung, einer Abgrenzung, dem Thema Grenzen ziehen. Es kann auch damit zu tun haben, dass du dich gegebenenfalls alleine oder einsam fühlst. Für manche von euch geht es hier um das Thema Unabhängigkeit, was an dir nagt. Auch das hatten wir zu einem gewissen Grad hier schon einmal in der YouTube-Legung. Lass mich einmal die erste Reihe auslegen. Moment. So. Okay. Und dann schauen wir uns alles an, was einmal um dich herum liegt. Wir sehen hier schon das Thema Beziehung. Hier ist das Thema Arbeit unter dem Anker, aber auch Stabilität und Sicherheit. Okay. Gibt ein paar Konflikte zum Thema Stabilität und Sicherheit oder Arbeit. Mehr, sobald ich alle Karten hier habe. Auch das Thema Veränderung haben wir an der Arbeit oder dem Thema Stabilität und Sicherheit dran. Die Veränderung kann sich beziehen auf das Thema Unabhängigkeit oder Selbstständigkeit. So. Na, da haben wir die Belastungen in der Herzensangelegenheit oder in der Liebe. Ja, wir gehen in die Tiefe, sobald alle Karten da sind. Ich gebe schon mal so ein paar Hinweise mit, was ich hier sehe. Herausforderungen in einer Partnerschaft oder Beziehung. Und da haben wir deine Karte. Informationen, Wissen, Fakten, Entscheidungen. Okay. Okay. Gut. Okidoki. Dann würde ich sagen, lass uns... Okay. Ich würde mich verstehen.